Wenn es um Konferenzen geht, sind nicht alle Telefone gleich. Was auf der einen Seite passiert, Laufwerk C nicht formatieren, ist nicht immer das, was auf der anderen ankommt. Laufwerk C formatieren. Sicher. Okay, das C-Laufwerk ist jetzt formatiert. Und was soll ich jetzt machen? Gehen Sie bei Ihren Geschäften keine Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für den Marktführer im Collaboration-Bereich. Polycom. Die Kunst der Konversation.